Herzlich willkommen bei der IBT GmbH, Ihrem kompetenten und innovativen Partner für Drucksysteme, Telefonanlagen, Netzwerktechnik und Kopiersysteme. Wir bieten Ihnen vom Einzelgerät über Verbrauchsmaterial bis hin zum Rundum-Sorglos-Paket für Ihre Bürotechnologie. Alles aus einer Hand. Auch unsere eigenen Prozesse sind innovativ und auf die Bedürfnisse unserer Kunden ausgerichtet. Ich bin Techniker bei der Firma IBT. Durch unser Online-System kann die Zentrale jederzeit erfahren, wo die Techniker sich befinden. Dadurch die Terminplanung und Tourenplanung optimieren. Und wir können vor Ort beim Kunden Ware nachbestellen, Ersatzteile bestellen und unserem Kunden dadurch einen Zeitvorteil geben, dass Ware schneller ankommt, wie zum Beispiel am nächsten Tag. Mit unserer Fahrzeugflotte sind wir stets schnell bei Ihnen. Und wenn es mal noch schneller sein muss, finden wir auch dafür die richtige Lösung. Wir als ABC Finance sind jederzeit auf der Suche nach loyalen und kompetenten Partnern, in der Druck- und Kopiertechnik. Als solches haben wir im Jahre 2011 Herrn Irmscher kennenlernen dürfen, der seinerzeit die IBT GmbH gegründet hat. Seitdem stehen wir mit Rat und Tat im Bereich der Miet- und Leasinglösungen zur Seite, arbeiten dort vertrauensvoll seit vielen Jahren entsprechend zusammen und durften Herrn Irmscher als sehr kompetenten, vor allen Dingen loyal gegenüber seinen Mitarbeitern, Kunden und auch gegenüber der ABC Finance kennenlernen und freuen uns auf viele weitere Jahre der Zusammenarbeit. Unsere Partnerschaften mit namhaften Herstellern sichern Ihnen stets maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Bedürfnisse zu. Durch unser geschultes Personal haben Sie immer einen kompetenten Ansprechpartner an Ihrer Seite. Ich beschäftige mich hauptberuflich mit psychosozialer Beratung. Dementsprechend kenne ich mich in IT-Lösungen, Telefonie, Drucker, Laptop, alles was dazu gehört, überhaupt nicht aus. Das ist nicht meine Baustelle. In dem Zusammenhang habe ich in IBT, vor allen Dingen Marcel Irmscher, einen sehr wertvollen Partner gefunden, der jederzeit erreichbar ist, der kommt und mit mir gemeinsam Lösungen findet und sehr schnell welche anbieten kann. Wir sind die IBT GmbH, Ihr starkes Team aus Düren.